willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mit dem torsen und eigentlich sollte beim starten von clash of clans schon das winterbild was ihr so im hintergrund bei mir seht geladen haben das hat auf jeden fall schon mal ein paar mal geladen aber im moment ist es irgendwie im cache verschwunden und deswegen lädt noch der also zumindest bei mir auf dem ipad lädt noch und auch auf den iphone lädt noch jetzt wieder der vorherige ladestream vielleicht war da irgendwas mit nicht ganz kurzer aber es ist in jedem fall was ganz kurzer denn hierbei clash of clans ist schon wie soll man sagen da ich schon weihnachten flash mess wie jedes jahr und dieses jahr aber mit ein paar gar nicht mal so schlechten neuigkeiten das was ihr sicherlich bei den oder in dieser woche verfolgen konntet war dass die kosten für für etliche sachen für laborsachen für bausachen enorm reduziert wurden also was heißt enorm sie wurden reduziert punkt und das ist natürlich ein paar neuerungen gibt es gibt einen eine neue super truppe den diesen starken drachen ich muss ja mal gucken wie der heißt vorher glaube ich und es gibt natürlich wieder etwas mehr zu bauen das sehe ich natürlich auch bei mir hier oben es gibt sieben neu nicht nicht neue sondern neue level für die elixier sammler und auch für die goldminen die kosten jetzt auch schon über eine million also dass das ist schon reduziert passpreis hier und es gibt die die werkstatt neu also workshop denn es gibt auch eine neue belagerungsmaschine das ist der flammenschleuderer ich muss mal gerade gucken nicht nicht hier sondern da ist meine werkstatt er haben der flammenschleuderer und der verschießt so kleine so kleine flammen flammen lava meiz so will ich das mal sagen das was mir ist noch nicht ganz so bewusst war deswegen werde ich gleich mal bauen ob der ob das nach wie vor eine klaren burg ist wo die klaren burg trupp rauskommen aber kann ja eigentlich nur so sein denn denn das ding hier immer hält an und und verwirft seine seine lava meiz hier und fährt eigentlich ich weiß gar nicht ob der irgendwo durchfährt das werden wir gleich mal testen und auch die super truppe die werde ich allerdings nicht hier antesten in der liga sondern die kann man ja hier einfach so mal try in den super drachen so heißer super drachen nicht feuer drachen den kann man einfach mal train denn der ist wirklich stark muss ich mal so sagen ich habe ich habe ihn eben schon mal angespielt ist also ich glaube ich habe noch nie noch nie ein dorf so schnell hier gelegt beziehungsweise so easy gelegt glaube ich so muss ich sagen und jetzt muss ich aber mal schauen wie ich das eigentlich eben gemacht hatte wir hatten obwohl eben habe ich habe ich habe ich habe eben noch die eine luftabwehr gefriesen ja ich muss gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen übers eben sind die so ein bisschen anders geflogen ja dem einem gebe ich jetzt mal ein bisschen power hier weil die machen echt heftig 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 schaden 40 platz verbrauchen sie in der klaren burg und sind verfügbar ab klar nicht 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 ab klaren level sondern ab rathaus level zwölf ich habe jetzt eben noch mal nachgeschaut ab rathaus level zwölf könnt ihr also die drachen also die super drachen hier bauen denn man braucht den drachen auf level 7 minimum damit man die machen kann aber echt easy peasy oder also einfacher geht es fast nicht und bin mal gespannt auf die ersten klarkriegs angriffe aber die halte ich für euch sicherlich dann live am wochenende fest ab 13 glaube ich geht es los beim loops 13 bis 19 und dort bin ich auch mal wieder als schimmer tätig möchte aber auch ganz gerne hier so ein bisschen am ball bleiben und ich bin auch am ball geblieben erstmal nehmen wir uns können uns eigentlich nur leisten ja so ein gebäude haben wir können uns gerade noch so leisten okay aber die nächsten medaillen sind auf dem weg leute denn sensationelle liga woche bei uns hier bei den herausforderern mit einem rathaus zwölf unten wir werden nicht absteigen wir werden nicht absteigen sondern wir steigen auf wir steigen darauf kommt zu glauben wir steigen dieses mal auf in die meisterliga 2 und haben allerdings ein sieg auch echt verdattelt nämlich den von gestern da haben wir wirklich mal noch schlimmer abgelust als den tag vorher gegen den ntb klar den haben aber gerade noch so gewonnen gehabt und schönes ding hier also jetzt mit einem zwölfer unten und dreizehnern ich weiß nicht was in dieser in dieser liga jetzt los war in dieser liga woche ob das also der der mix passte eigentlich ganz gut nur waren die gegner waren ein bisschen stärker was die rathaus angeht aber nicht was die angriffe so angeht und von daher freut mich das natürlich dass wir hier so gut so gut so gut spielen im moment und ja elixierlager gehen hoch die dunklen bohrer gehen auch okay die interessieren mich jetzt persönlich nicht mehr ganz so stark denn ich brauche jetzt glaube ich nur noch zwei level hier am pet 4 level ist aber auch nicht mehr ist auch nicht mehr so viel dass ich die jetzt als erstes machen müsste und gibt natürlich auch ein paar neue schöne events gar keine frage der eis magier zurück der gefürchtete 21 tage könnte hinspielen für 800 ep und einen zaubertrank oder ein zauberbuch der santa surprise ist wieder da ok den habe ich glaube ich noch nie gebaut in keinem jahr das heißt das stimmt nicht letztes jahr habe ich da sogar ein video gemacht wie man freunde und feinde beschenken kann und clash of clans de hat das damals sogar auf twitter gebracht dass der tote euch zeigt wie man geschenke los wird vier tage lang vier sterne bonus das natürlich wirklich sehr sehr nice es ist gleich mal time also es gibt wieder exklusive events obstacles also hindernisse und natürlich angebote es gibt den drachen event also ganz schön viel im moment muss ich sagen und drei tage die clash man ja also die 99 prozent reduzierung auf truppen und zauber das ist ja noch mal verlängert worden habe ich zumindest so im discord gelesen und was ich natürlich auch nicht verpasst habe ist die clash of clans wm habe ich mir angetan morgens um sechs ging das ja los oder kurz nach sechs ich habe tatsächlich viel gesehen tolle kämpfe tolle wirklich wirklich tolle kämpfe dabei muss ich echt mal so sagen am ende hat es dann für tribe gaming und für alternate nicht ganz gereicht obwohl sie vorher mit mehreren perfect wars weiter gekommen sind also wirklich sahne angriffe auch teilweise dabei tut mir tut mir das ein bisschen bisschen leid muss ich sagen aber glückwunsch an jx tiger so heißen sie glaube ich die sich glaube ich gegen die queen walkers dann ja durchgesetzt haben und also neue clash of clans weltmeister sind und es wird sicherlich auch basis und auch irgendwie wieder angriffsgeschichten geben wenn ich mich da recht erinnere wir haben vier bauarbeiter freileute vier bauarbeiter was macht ihr gold sammler oder erste elixier sammler das elixier brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr habe ich gedacht stimmt aber gar nicht ich brauche das elixier noch und zwar um die werkstatt zu machen und auch die werkstatt zu leveln und da war sie wieder die obligatorische telefonunterbrechung aber ist nicht so schlimm ich mache auf jeden fall da weiter wo ich aufgehört habe nämlich beim beim werkstatt level und zwar eine humor ist erstmal die werkstatt auf den nächsten level also wir brauchen sie auf level 6 damit wir auch die neue belagerungsmaschine machen können und dann wollen wir die natürlich auch mal bauen auch wenn sie jetzt erst auf eins ist es nicht so schlimm und aber im moment ist ja auch sehr günstig muss man ganz klar dazu sagen und könnte aber mein mein klarkriegsangriff machen allerdings würde ich ganz gerne erst drei bauarbeiter weg schicken ich brauche viel elix also euch eigentlich wirklich viel elixier ich brauche viel elixier dann bauen wir die elixier sammler mal aus 12 würde ich sagen unternehmer noch einen dritten dazu und die können erst mal ganz easy peasy laufen ich glaube ich habe keine ich habe keine art doch ich habe ich habe sogar fünf bauarbeiter tränke ich glaube die die hauen wir dafür rein würde ich mal sagen dann sind ein bisschen dann haben wir die auch mal wieder gejuste dann haben wir immer wieder gejuste dann ist das ein bisschen fixer fertig und die kriegen wir in jedem fall immer wieder nach wir kriegen auch einen boost rank dann wusste noch gleich die werkstatt und machen wir live angriff mache ich mit euch live an ich muss mal gucken sieben auch sieben mal sehen wie es so steht ich habe ich habe in dieser woche tatsächlich mit zwei armeen angegriffen und habe auch mit beiden armeen erfolg hat tatsächlich erfolge gehabt und die ist natürlich ist natürlich heavy okay das habe ich jetzt nicht so erwartet aber mal sehen ob top oder top ein stellen oder mehr sterne guck mal wir gucken mal rein ob das funktioniert wir gehen einfach mal rein ich weiß dafür köpft mich der kleine ist aber die köpfe mir sowieso also es ist egal ob sie mich köpfen oder nicht köpfen sie köpfen mich sowieso sie köpfen mich sowieso so dann nehmen wir mal von hier ganz behände einen ballon nämlich von hier ein bisschen balance nehme die heiler mit rein mal sehen ob es funktioniert wunderbar gefressen so sollte das sein und hauptsache dass der das mal auch jetzt überlegt meine queen nicht mal sehr ärgerlich sehr ärgerlich aber mal sehen ob meine mauerbrecher hier noch rein brechen könnten ja das passt ok weiter auch nicht die queen darf eigentlich jetzt nicht weitergehen aber dass das wird sie wahrscheinlich jetzt machen denke ich mal okay dass das wir müssen das rathaus bekommen so muss man es ja sagen wir müssen das rathaus bekommen und schicken hier den king so die queen geht aber rum die kommt aber nicht an den adler die queen kommt aber glaube ich nicht an den adler ran das passt noch nicht ganz ok dann müssen es gleich die anderen truppen die kriegen geht jetzt auf die auf die mitte dann schicke ich die jetzt mal los hier die beiden da hinterher und den royalen champion damit drauf perfekt so ich habe meinen ich habe ja meine queen verloren sehe ich jetzt gerade ok ich habe meine queen verloren ich weiß gar nicht was da in der kranbuch jetzt drin war keine ahnung leute aber mal sehen ob wir hier nicht jetzt durchkommen das sieht noch ganz gut aus müssen aber hier wohl noch mal frisen denke ich mal er wollte zwei sternen aber perfekt oder ist nicht schlecht das passt für mich ich meine ich habe ich habe in diesem ich wollte gerade sagen ich habe ich habe in diesem jahr auch schon schon gedreht ich habe auch schon drei sternen hat in dieser woche und zwar gar nicht mal so schlecht so wir nehmen den king und noch mit und das dicke lager das bringt noch mal ein paar prozent nur das verstehen da kann ich ganz gut mit leben und habe aber auch schon mit drei sternen hat in dieser woche und zwar gar nicht mal so schlecht muss ich sagen also funktioniert und zwar mit bogenschützen auch und auch mit dieser ordentlich vermeintlichen luftgruppe aber 63 prozent ist für mich in ordnung damit ist es auch eigentlich für mich erstmal die liga oben hier das war der siebte spieltag also wie gesagt wir steigen in jedem fall auch auf auch wenn wir dieses spiel hier noch verlieren sollten sind wir denke ich mal nicht mehr von den sternen her einzuholen und gg und glückwunsch in jedem fall an die truppe da seht da habe ich noch die bogenschützen und dann tränen wir noch mal nach dann würde ich sagen wir werfen hier mal ein boost rein dann haben wir gleich noch eine zweite armee am start und fordern auch noch mal clan bogtruppen an würde ich sagen ein request hier oder der seelenarzt fordert der seelenarzt fordert dort auch schon die neue truppe an mal sehen ob ich sie mit 13 mit dem rathaus 13 er mache oder hier mit mit diesem account aber im moment habe ich sehe ich sehe ich da keinen nutzen ich habe auch nicht ganz so viel dunkles und bin da ja eher so ein bisschen dass das wisst ihr ich bin ja eher so ein bisschen der geiz geiz hals was solche sachen angeht aber ich mache jetzt einen kurzen cut und dann machen wir gleich noch nachgefunden gucken uns die das neue maschinchen mal an wir schauen mal wo die reise hingeht auf jeden fall bin ich jetzt echt mal gespannt obwohl die ist die ist auch erst auf 1 ist erst auf 1 aber naja macht nichts macht nichts wir gehen hier mal trotzdem vor dem muss ich mal eben umstellen den herren worden und mit mit der truppe war ich jetzt eigentlich immer was heißt relativ erfolgreich es geht so aber ich habe sie mal genutzt und sie sind ganz gut zu gebrauchen die bogenschützinnen so wir wir legen jetzt aber mal eben wert auf die karre nehmen wir mal eine bogenschützinnen dahinter wo ist sie langsam er ist aber sehr behendet okay der ist sehr behendet aber immerhin ohne dass beschuss bekommt hier so ein buch also ein magertum weg machen ist natürlich auch nicht nicht so schlecht so wir müssen eben mal den worten so ein bisschen in wallung bringen dort und war der sprung zauber jetzt echt so schlecht aber der macht ja die mauern mit auf der macht ja die mauern mit auf da habe ich ja da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet er macht ihm auch mal und mein sprung ist echt so schlecht okay mein sprung ist wirklich scheinbar so so schlecht naja okay was soll man machen leute ist nicht so schlimm müssen durch da müssen wir so hin und das ding lebt immer noch da okay ich will ein bisschen mehr rangehen das ding lebt immer noch das ding vor allen dingen zu sagen vor allen dingen dass das ding zu sagen aber das ding lebt immer noch okay das hat echt lange überlebt gar nicht mal so schlecht so wo können wir denn hier noch ein bisschen giften arme rathaus wohl weniger so wo ist unsere rollchampion da bei der aube da bei der queen da können wir noch mal eben den gift nehmen schauen wir das rathaus aber jetzt ist die karre auch kaputt und ist die klanbuk da rausgekommen habe ich jetzt gar nicht drauf denn die ist immer noch ist immer noch da okay ist das nicht der ernst oder die muss ja irgendwann mal kaputt gehen ok rathaus haben wir nicht geschafft jetzt geht es kaputt okay jetzt geht es kaputt und jetzt kommen auch die klanbuk truppen raus okay dann ist das thema zumindest mal geklärt aber echt lange gehalten wirklich lange gehalten und schön die mauer mit aufgemacht habe ich gar nicht mehr an gedacht ich hatte heute morgen zwar kurz das video angeguckt was über supercell schon promotet wurde aber habe da gar nicht daran gedacht dass dort auch ja macht natürlich die mauer mit auf kann man sich mauer brecher sparen also mehr truppen platz für andere truppen und zumindest haben wir ihm so ein bisschen gut geklaut wenn auch nicht so ultra viel aber immerhin gefällt mir ganz gut immer man den leveln war auch mal der dort jetzt auf mit mit teilweise schon er spielten passen neun tage den lasse ich auch so laufen ich habe im moment glaube ich auch kein truppen buch und level war den ganz ganz locker würde ich sagen nebenher jetzt muss ich aber eben mal gucken passt so perfekt kann ich auch noch mal train denn ich habe sie immer noch dabei die bogenschützen und läuft mal wieder was im labor sehr schick mit elex okay also neun tage nehmen wir hin und oder ich habe doch ein truppen buch okay ja ich könnte jetzt schon ich könnte jetzt schon fast fertig machen aber müssen müssen wir erstmal ein müssen wir erstmal anspielen und und ich denke mal auch ein bisschen reinkommen an das ganze können das erst mal hier ein in mauren investieren würde ich sagen die eine mille haben wir eigentlich haben wir gar nicht mehr so viel die eine mille haben wir eigentlich immer um hier die minen und sammler weiter zu machen ich hoffe das update gefällt euch eigentlich genauso gut wie mir wenn ja dann schreibt mir ruhig in die kommentare was gefällt was euch missfällt oder was ihr vermisst ich meine ich vor mir ist im moment noch ein baum mal sehen das dusselige ist an dem bäumen steht leider nie dran das ist der 20 17 baum das ist der 20 15 baum und so weiter deswegen wird es sicherlich schwierig diesen neuen baum irgendwo mal zu identifizieren es soll ja neun geben gesehen habe ich ihn allerdings noch noch nicht beziehungsweise noch nirgends aber kommt sicherlich früher später ich bin gespannt was es hier noch für events und für angebote gibt beziehungsweise was es vor allen dingen noch für events jetzt gibt bis zum jahres ende im shop gibt es natürlich auch ein bisschen was aber das ist sage ich mal normal dass man das hier so bekommt schon wieder gute updates wir lassen mal die finger weg lassen mal besser die finger weg also schreibt mir gerne mal in die kommentare da was sie von der neuen belagungsmaschine haltet ist der neue drachen der super drachen zu stark im moment muss er wieder gleich zu anfang weg genervt werden oder kann man den erstmal so brauchen im klankrieg wenn ja dann schauen wir mal weiter und ich verabschiede mich haltet die ohren steif bis dahin euer toto clasht